Die Bremenstraße im ostwestfälischen Bielefeld scheint die wohl letzte autofreie Zone der Republik zu sein. Seit Juni gilt hier ein absolutes Park- und Halteverbot auf beiden Seiten. Laut Stadt ist die Straße für Müllabfuhr, Feuerwehr und Straßenreinigung zu eng, wenn hier auch noch Autos stünden. Der Straße fehlen sage und schreibe zwei Zentimeter. Die betroffenen Anwohner sind stinksauer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die können ja nicht einfach Schilder aufstellen. Und Parkverbot hier hinsetzen, absolutes Halteverbot. Unmöglich. Wie gesagt, ich habe morgens und abends einen Pflegedienst und die wissen nicht, wo sie den Wagen hinstellen sollen. 50 Jahre wurde hier, konnte man parken, ohne dass sich einer beschwert hat. Und plötzlich auf heute, auf morgen, ohne irgendjemanden zu informieren oder irgendwas zu sagen, machen sie ein paar Schilder hin. Jahrzehntelang war alles kein Problem. Auf der einen Seite wurde geparkt, auf der anderen Seite lief der Verkehr. Doch dann fängt die Stadt an, die Straße zu vermessen. Ergebnis? Für parkende Autos und die Feuerwehr soll die Straße plötzlich zu eng sein. Deshalb verhängt die Stadt im Sommer das absolute Halteverbot. Das Problem? Als die Bremenstraße vor Jahren saniert wurde, soll die Fahrbahn 5,3 Meter breit werden, so der Plan der Stadt. Tatsächlich sind es gerade mal 4,80 Meter geworden. Zwar sind jetzt die Gehwege breiter, aber da darf man sich auch nicht draufstellen. Die Straße ist zu eng gebaut und die Anwohner müssen es ausbaden. Man fühlt sich ein bisschen verarscht, weil man nicht weiterkommt. Im Bielefelder Rathaus will uns niemand ein Interview geben, aber die absurde Parksituation in der Bremenstraße ist mittlerweile Chefsache. Schriftlich heißt es, der Oberbürgermeister hat die Fachverwaltung um eine rechtliche Einschätzung gebeten. Anfang der kommenden Woche wird der Verwaltungschef dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Für die Menschen in der Bremenstraße steht fest, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wenn wir Besuch bekommen, was machen wir denn? Alte Tante kann nicht laufen. Nicht mal halten. Was soll das? Eine sachgerechte Planung ist das nicht. Selbst wenn diese Straße jetzt frei ist, also die Zufahrtsstraßen zur Bremenstraße, die sind umso voller geparkt. Alle, die sonst hier stehen, quetschen sich nun notgedrungen in die Nebenstraßen und müssen Wasserkisten und Koffer bis zu ihrer Haustür schier endlos spazieren tragen.